Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 707 von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 332 vom New Game Plus. Und wir machen weiter hier an dieser Stelle, werden diesmal nicht so misstrauisch reagieren wie beim ersten Durchgang. Und ich muss gleich dran denken, dass ich auch folgendes Mal auswähle, den ich ja jetzt bei diesem Quint-Turnier da gewonnen habe. Oder im ersten Durchgang, im ersten Part des Quint-Turniers. Machen wir mal hier weiter. Ja, gut. Ah, der müssen wir folgen. Ja, manchmal ist es nicht so geil. Ja, was mich da irritiert hat, man durfte die Passivflora nicht verlassen. Und da habe ich vielleicht gedacht, wenn ich jetzt auf den Balkon gehe oder sowas, gilt das als Regelbruch oder sowas. Jo, war so meine Theorie, die mal wieder total bekloppt war. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Keine Ahnung. Jo, hier gibt es noch schönes Essen und eine Tabakpfeife dazwischen und die Kerzen sollten wir mal ausmachen. Ja, und beim Schwein hole ich mir einen Apfel. So, Sascha, alles cool. Hm, endlich allein. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Sutil natürlich, ohne die anderen zu stören. Warum sagst du mir das? Hm, damit habe ich nicht gerechnet. Hm, das ist nicht der Vorschlag, mit dem ich gerechnet hätte. Du wirkst nicht wie eine... Diebin? Stimmt, das ist nicht mein Beruf. Darum könnte ich ja Hilfe gebrauchen. Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau, ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Fringilla Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Buclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig. Solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Nehmen wir an, ich helfe dir. Die scheint mir aber keine gerechte Sache zu sein. Also gut, nehmen wir an, ich helfe dir. Dann teile ich das Geld natürlich mit dir. Teilen? Was, wenn ich das Turnier gewinne? Dann werde ich einen anderen Vorschlag für dich haben. Wie lautet der Plan? Das sage ich dir zur rechten Zeit. Bleib fürs Erste einfach wachsam. Und wenn du verlierst, dann bleib trotzdem bis zum Turnierende. Es lohnt sich, du wirst sehen. Klingt reichlich mysteriös, aber gut. Wunderbar, das wäre geklärt. Lass uns zu den anderen zurückgehen. Okay. Wirklich sehr mysteriös. Wir wissen ja schon, was, oder ich weiß ja schon, was passiert. Und wie das irgendwie zusammenpasst, das ist für mich jetzt ein bisschen unerklärlich. Aber ja, das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. So, was muss ich denn machen eigentlich? Zum Schreiber wieder, oder was? Zeit für Runde 2. Eure Aufmerksamkeit bitte. Madame Sascha und Gilbert von Riva. Phineas und Harald Federnest. Gilbert von Riva. Das ist so geil. Tja, jetzt spielen wir gegen die Sascha. War das damals auch schon so? Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber wir müssen nach oben. Ach, wie geil. Gilbert, Garnot und Gerhard, oder? Ich glaube, so waren die Namen jetzt. Schon ein geiler Running Gag eigentlich. So, Sascha, was geht ab? Komm, setz dich hin, Madame. Das ist ja schlimm mit dir. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag. So, Anführer wechseln. Gucken wir mal. Foldest haben wir jetzt dazu bekommen. Also den anderen Foldest wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ich weiß es jetzt nicht, welchen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt alle gesammelt. Der hier kann dichter Nebel nachziehen. Entferne. Also die Wettereffekte. Verdoppel die Stärke deiner Belagerungsanheiten. Zerstöre die stärksten Belagerungsanheiten des Gegners, sofern deren Gesamtstärke mindestens 10 beträgt. Die stärksten Fernkampfeinheiten. Was kommt denn öfter vor? Gibt es da so eine Tendenz? Ich glaube, Belagerung kommt irgendwie gefühlt öfter vor, oder? Foldest der Stähler. Hol mal da immer mit rein. Weil seitdem, ich glaube, ich konnte noch nie das nutzen, weil, oder seltenst, weil irgendwie die Gegner selten da irgendwie Fernkampfeinheiten hinlegen. Jetzt kommt es natürlich an, das ist klar. Ja, spielen wir mal gegen die Tante. Mit unserem normalen Deck. Kaiserreich Nilfgaard. Na, da ist Belagerung, denke ich mal, eine gute Wahl gewesen. So, einen Spion haben wir. Wir haben auch schon eine Mustang. Wir haben zwei Spionen. Sehr schön. So, wen holen wir hier noch raus? Er hier alleine ist nicht so wirkungsvoll. Ich hoffe noch auf einen dritten Spion. Ach, komm, egal. So, passt. Jünger Gesandter. Dann zeig mal, was du drauf hast, Sascha. Sascha. Sascha, zeig mir, was du kannst. Hoi. Starlight auf jeden Fall läuft auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Jetzt haben wir noch eine Heilung im Sack. Das heißt, ein Spion definitiv noch, der nachkommt. Läuft direkt schon ein bisschen anders wie der erste Durchgang. Und noch ein Spion. Super geil. Ja, jetzt läuft es gut. Gut, sie hat auch den mysteriösen Elf, den wir bis heute nicht haben. Unser Gegner hatten immer die stärkste Karte im Spiel, würde ich mal behaupten. Finde ich wunderbar. So, wir hatten noch ein bisschen Glück jetzt. So, mit Finde macht sie da jetzt was. Und wir werden den Druck erhöhen mit unserer Musterungskarte, oder? Das können wir eigentlich jetzt machen. Das ist eine Fernkampf-Musterungskarte. Ja, machen wir mal. Bäm. Um die erste Runde jetzt sinnlos zwingend abschenken zu müssen, finde ich das eigentlich mal ein guter Move. Oder er müsste verbrennen oder was wirken. Er legt mir noch Thaler hin. Wir haben 12 zu 12 Karten. Und wir führen. Könnte ich jetzt abschenken? Legen wir noch was hin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Kaiserreich Nilfgaard gewinnt ja keine Karte dazu. Gewinnt nur bei Unentschieden. Nö, dann soll er doch noch ein bisschen was machen, oder? Ja, soll er noch was machen. Oder er soll selbst abschenken. Mir egal. Gucken, was sie noch macht. Jetzt ist er nicht eher... Hm, legt mir weitere Spione hin. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Geile, aber dann war es gut, dass ich nicht weitergemacht habe. Oh, auch viele Spione und viele Karten hatten. Jetzt 14. Huiuiui. Ja, was ich muss Gas geben. Bäm. Verdopplungskarten noch genutzt. Ja, damit kann ich leben. Auch von der Differenz, wie sie dann gewonnen hat. 12 gegen 12 Karten. Das wird nicht einfach. Ey, die sind echt hier knallhart. Was ist das nochmal für ein Anführer? Zieh eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Uah. Ziemlich uncool. Echt jetzt? Warum? Nö. Lass es sein. Zieh eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Ablage ist der Friedhof, oder was? Verstehe ich es mal. Naja, egal. Machen wir den hier. Wir spielen auch eine Heilungskarte aus. Und holen uns auch noch ein Spion zurück. Am besten den schwächsten. Tala. Bäm. So, und das müsste es jetzt gewesen sein. Mehr kann ich nicht mehr machen. Sie spielt weitere Spione aus. Jetzt so langsam geht es mal auf den Wecker. Ja, so langsam wird sie echt nervig. Ich habe nur noch die Chance, einen Spion zu bekommen. Hm. Ja, durch die Situation. Ja, wie mache ich das jetzt am besten nicht? Machen wir den hier. 21 zu 18. So, Belagerung haben wir jetzt dabei. Wie gesagt, ich habe nur noch Chance, einen Spion zu bekommen, wenn ich denn selbst zum Nachziehen komme, sprich die Runde gewinne. Wird nicht so einfach. Legen wir mal den hin und ich kriege eine Nachricht. Hallo Gamer Nico. So, das sieht doch schon mal gut aus. Da könnte ich schon mal Verbrennen nutzen. Vielleicht legt er noch eine Zehnerkarte hin. Das wäre schon mal ganz sinnvoll. Jo, legen wir auch mal eine Heldenkarte hin jetzt. Genau. Passt eigentlich so vom Verhältnis her. 39, 38. Und der passt sehr gut. Das ist gut. So, dann kriegen wir nämlich eine Karte dazu und kommen noch mal ein bisschen näher ran. Bam. Ich habe keine zu starke Karte verbraucht. Vielleicht kriege ich einen Spion. Spion, 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 bitte. Hm. Ja, gut, das ist auch in Ordnung. Auch eine Karte, die andere Karten vernichten kann und somit einen Kartenvorteil herstellen kann. Letzte Runde. Das heißt, die Helden gehen raus. Würde ich doch mal so behaupten. Oh, die nervt, ey. Die nervt aber so richtig, ey. Das gibt es doch gar nicht. Die hat da Heilung und Spione und so weiter drin. Damals hatten wir auch mit Kaiserreich Nilfgaard gespielt. Vielleicht auch deshalb, weil die einfach mehr Heiler haben. Kann das sein? Das müsste ich mir mal angucken. Vielleicht für den nächsten Part. Wenn ich denn noch so weit komme. Dass ich vielleicht auch auf Kaiserreich Nilfgaard umsteige. Weil sie einfach mehr Heiler haben. Heiler und Spione ist natürlich eine sinnvolle Ergänzung. Ja, der Leto. Ja, die hat alle guten Karten. Ja, die läuft da komplett amok. Ja, und wir haben nur noch sieben Karten. Und die noch elf. Da muss jetzt was Sinnvolles passieren. Und zwar was ganz Sinnvolles. Die wird wahrscheinlich auch ein Verbrennen drin haben. So oft wie die nachgezogen hat. Was mich jetzt gleich mördermäßig nerven könnte. Oh, nervig. Ja, lege ich ihn jetzt mal zuerst hin. Mal gucken, was ihn noch so bringt. Ja, natürlich jetzt Fernkampf. Das ist, ich sag's doch. Das ist doch so klar, oder? Ja, legen wir den mal hin. Der wird jetzt ein bisschen gebufft. Das wird richtig hardcore. Horn des Kommandanten. Natürlich in der Fernkampfreihe. Das Ding hier lose ich, oder? Das gewinne ich nicht. Das kann ich komplett knicken. Das kann ich, glaube ich, wirklich vergessen. Kommt noch was im Nahkampfbereich. Welches Risiko gehe ich jetzt ein? Ja, machen wir es erstmal. Horn des Kommandanten in die erste Reihe. Das wird auf jeden Fall so kommen. Hoi, hoi, hoi. Fernkampf. Es ist sowas von bitter, ey. Es ist sowas von bitter. Und jetzt kommt ein Verbrennen. Und dann kann ich nach Hause fahren. Das sah schon so verbrennenmäßig aus. Ja, komm. Da spiele ich zuerst mal noch ihn aus. Bäm. Tja, fünf Karten. Und er braucht 71 Punkte. Sie braucht 71 Punkte. So. Eine Fünferbelagerung ist mehr. Ja gut, aber das könnte ich gleich dann noch spielen. Ich hoffe, der passt nicht automatisch. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das hier in dem Spiel war. Ich mache das jetzt lieber mal, ne? Dass er gleich automatisch passt. Bäm. Ich glaube nämlich, eben hat er doch automatisch gepasst. Ich bin mir jetzt ein bisschen raus und weiß es nicht mehr genau. Jetzt zieht er irgendeine Karte von meinem Ablagestapel. Ja, super toll. Freut mich kolossal. Und jetzt kann ich nur noch beten und hoffen. Fünf Karten. Ein verbrennen und dann ist Feierabend. Verbrennen. Ja, und so verliert man dann so ein Turnier. Bitter. Jo. Wobei, was macht die da? Wie geil ist denn das? Ich sage jetzt gar nichts. Danke, Sascha. Danke. Das ist doch geil, oder? Hm, hoffentlich hält dein Glück an. Das war wirklich viel Glück. Da muss ich ja recht geben. Meine Herrschaften, kommen wir zur dritten Runde. Die Wellen schlagen hoch. Der Sieger der nächsten Runde trifft im Finale auf Graf Tybalt selbst. Phineas und Gerhard von Riva. Ich spiele nicht gegen Mutanten. Du gibst diese Runde also auf? Schön. In dem Falle? Nein, ich gebe die Runde nicht auf, verflucht. Ich werde ihn zermalmen wie eine Laus. Ein gutes Spiel euch beiden. Denkt an die Regeln. Keine Magie. Kein Streit. Spiel! Netter Typ. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, ich habe jetzt Emir war Emreis. Das habe ich noch bekommen. Gucken wir doch einfach mal rein. Ich sage immer Emir von Emreis. Das sage ich sehr oft. Nennen wir es mal so. Das ist nicht immer so ganz richtig. So, was haben wir dann? Fähigkeiten. Die Einheiten auf dem Schlachtfeld wiederherstellen. Stellen zufällig ausgewählte Einheiten wiederher. Wirkt auf beide Spieler. Hm. Ich weiß nicht, wie geil das sein soll. Zieh eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Das finde ich schon eigentlich ganz lustig. Ich hole das jetzt mal rein. So. Der Unbarmherzige. So, und jetzt wie viele Heilerkarten hat der? Er hat schon mal hier zwei auf jeden Fall mal durch die Heldenkarten. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus. So, Gerhard. Ach, Gerhard. Jetzt sage ich es selbst schon. Der Gerhard muss da rein. Der Gerhard. Der gute Alte. Vielleicht sollte ich da mehr auf Heldenkarten gehen. Ich gucke jetzt mal, was ich da gemacht habe. Ach, stimmt. Ich bin da jetzt so komplett raus, was da drin ist. Auf jeden Fall hat es schon mal sehr viele Spione. Eins, zwei, drei. Ja, drei Spione. Echt? Nur drei? Warum? Warum nur drei Spione? Da kommen dann noch welche. Aber drei Heiler direkt schon. Ja, das war jetzt der Unterschied. Vier Heiler. Ja, fünf Heiler. Ja, das ist natürlich heftig. Könnte ich eigentlich auch mit denen spielen. Auch wenn ich da jetzt nur drei Spione habe. Und dann ganz weg von diesen Bündnisdingern da und was weiß ich. Hier, den habe ich viermal drin. Imperia Brigade. Brauche ich hier so oft nicht. Machen wir mal einmal raus. 22 Einheiten Karten brauche ich definitiv. Ich mache den jetzt mal viermal raus. Was mache ich so oft mit dem? Ja, und jetzt könnte ich noch zwei andere Karten da reinnehmen. Hm. Ja, vielleicht ein bisschen auf Gaunter. Aber wenn ich natürlich oft Gaunter ziehe, ist das natürlich auch schlecht. Habe ich sonst keine. Triss Marygold, eine 7er Heldenkarte. Ist nett. Brauchen wir aber auch nicht zwingend. Verbrennen wäre vielleicht auch mal sinnvoll drin zu haben. Komm, ich mache das mal. Ich hole mal Verbrennen mit rein, dass ich da noch was machen kann. Das ist definitiv nicht schlecht. Und ich hole den Gaunter mit rein. Mit seinem kompletten Deck da. Soll ich Ritterspor noch dazu holen, der nur in der Nahkampfreihe ist? Wen habe ich denn alles in der Nahkampfreihe? Ah. Also da kann natürlich jetzt auch gehörig in die Hose gehen, wenn ich mir jetzt da so ein neues Deck zusammenstelle. Also wie gesagt, viele Heldenkarten. Willen treten mehr, das ist schon mal nicht schlecht. Junger Gesandter im Bündnis. Doppelt. Okay. Und halt die Spione. Drei Stück, wie gesagt. Hm. Oh, der mysteriöse Elf fehlt da noch. Dann wäre es der vierte Spion, den man da bekommen kann. Und Nilfgaard, äh, Kaiserreich, ähm, ne, Nilfgaard, nördliche Königreiche, die haben da dann fünf Spionen oder was? Dafür hat man hier die Heilungskarten. Hm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Definitiv nicht. So, Nilfgaard, nördliche Königreiche. Gucken wir mal hier, wie das hier war. So, ähm, was mache ich da? Hilfe! Hilfe! Ähm, so. Hier haben wir einen Spion. Immer noch einen. Äh, zwei, drei. Ne, auch nur drei. Okay. Echt, nur drei? Waren da auch nur drei? Okay, ne, dann ist ja klar, was besser ist. Weil, wie gesagt, durch die Heilungskarten. Hier haben wir zwei Heiler dann drin. Ist auch der Unterschied gewesen jetzt, was mich fast zur Niederlage gebracht hat. Dann können wir jetzt noch eine Karte nachziehen. Finde ich dann eigentlich jetzt nördliche Königreiche. Äh, die Kaisereich Nilfgaard hier besser verbrennen. Hätten wir noch drin als taktisches Mittel. Machen wir es doch einfach mal so. Starten wir mal so. Ich denke und hoffe, dass ich jetzt keinen großen Fehler drin habe. Mal einfach mal das Decke beendet. Gegen Skyatel. Skyatel. Dort nachziehen ist gut, weil die haben viele Heiler. So, Heiler, Heiler. Spion. Das ist schon mal nicht so schlechter Anfang. Zweimal junger Gesandter. Ja, irgendwo. Hohundeskommandanten. Brauche ich jetzt eigentlich weniger. Machen wir mal weg. Nochmal ein Heiler. Hm, hm, hm. Gut, mit denen kann man schön plöffen, mit den Heilern. Machen wir einen von denen weg. Und einmal verbrennen. Okay. Damit kann man starten. Gucken wir mal. Das ist für mich nochmal neu verbrennen drin zu haben. So, dann legen wir direkt mal einen Spion hin. Bam. Und ziehen direkt wieder einen Spion. Sehr schön. So, und jetzt könnten wir hier direkt zum Beispiel schon was mit verbrennen machen, wenn die 6er-Karte da liegen würde. Wenn ich jetzt aber will, einen Tretenwert noch hätte, den ich ja vielleicht jetzt ziehe, könnte ich da noch was machen. Ah, jetzt habe ich ihn selbst verstärkt. Das war Schwachsinn. So. Strömender Regen. Okay. Der hat nur noch 6 Karten. Okay, okay. Das klingt schon mal ganz gut. Würde ich sagen, hau mal einmal die Karte hier raus und erhöhen den Druck, oder? Jo. Bam. So sieht es aus. Ich wollte gerade sagen, der wird wahrscheinlich passen. Macht er aber nicht. Okay, kann er auch machen. So, jetzt könnte man mit den jungen Gesandten ihn sogar noch unter Druck setzen. Was ich auch mache. Das sieht irgendwie direkt schon sinnvoll aus. Ach so. Hier ist natürlich jetzt anders mit dem Nilfgaard, dass ich keine Karte mehr nachziehe. Das muss mir bewusst sein. Hm. Ist natürlich auch nochmal eine andere Situation. So. 32. Jo. Dann lege ich noch eine hin. Gut. Ich ziehe keine Karten nach, aber ich gewinne wenigstens die Runde. Und somit setze ich ihn massiv unter Druck. Jo. Das Ding gewinne ich auf jeden Fall. Jetzt noch mit Heilung und so. Fünf Mal Heilung. Das ist schon echt heftig. Das sieht echt wunderbar geil aus. Oh, dann. Ach so. Und jetzt könnte ich da vom Ablagestapel des Gegners eine Karte ziehen. Dann machen wir das mal. Bäm. Ich darf mal sogar aussuchen. Ach. Das ist ja mal geil. Das wusste ich ja jetzt nicht. Okay. Dann machen wir das doch mal. Hm. Das ist ja mal super geil. Weil. Ach super. Das ist echt klasse. Kann man richtig geile Taktiken machen. Ist das so mies. Bäm. Feuer frei. Ja. Und das sieht ziemlich so aus. Wenn ich ihn jetzt ausspiele. Jetzt macht er verbrennen. Hm. Das gefällt mir sogar. Das kommt mir sogar zugute. Dann spielen wir nämlich eine Heilungsgarte hier wieder aus. Eigentlich völlig egal welche. So. Und dann kommt unser Spielhunkrad wieder aufs Feld. Och. Ist das so brutal. Das ist echt sowas von brutal. So. Soll ich hier eine Chance geben. Wenn ich jetzt da angreife. Geht der Spion sogar nochmal. Einmal. Ich mach das jetzt mal. Der Spion. Wird nochmal zerstört. Wenn sie jetzt eine Heilungskarte hat. Wird sie das wahrscheinlich wieder machen. Und mir da irgendwas hinlegen. Nö. Macht sie nicht. Okay. Klirrende Kälte. So. Er hier kann glaube ich nichts mehr auslösen. Er löst. Muss darum nicht mehr aus. Genau. Weil die auf dem Friedhof sind. Auf dem Ablagestapel. Wie wir jetzt gelernt haben. Das war Schwachsinn. So. Und dann legen wir noch eine Heldenkarte hin. Ja. Bei ihm die Heldenkarten reinpacken. Noch den einen Spion dazu bekommen. Das ist echt. Also. Nöfgard gefällt mir. Ist echt witzig. So. Und dann legen wir noch eine Heldenkarte hin. Und dann war es das. Und dann gewinnen wir das Ding ganz easy. Sieht schon ein bisschen anders aus. Irgendwie so gefühlt. Der Mutant hat betrogen. Ich reiße mit bloßen Händen die Teufelsaugen raus. Versuch's doch. Oh. Das will er wirklich? Äh. Ne. Ganz locker bleiben. Hallo. Finneas. Ganz locker bleiben. Francesca. Finna. Beth. Oder was auch immer. Das meinte ich mit den Schlägereien. Und so. Wenn die jetzt auf Stufe 81 stattfinden würden. Das würde ich gar nicht so witzig finden. Darf ich eigentlich einen Trank nutzen hier bei den Schlägereien? Ich weiß es gar nicht. Nein darf ich nicht. Okay. Das kann ich mich da ver... Beim ersten Mal habe ich den ja sicherlich selbst vermöbelt. Was wenn ich doch vermöbelt werde? Weiß ich gar nicht. Bäm. Bäm. Nein. Nein. Oh. Oh. Der vermöbelt mich echt. Scheiß Schwierigkeitsgrad. Jetzt macht der mich da fertig oder was? Das darf da echt nicht wahr sein. So. Bäm. Das meine ich. Das ist dann irgendwie schlecht hochskaliert. Schlecht berechnet. Das kann ja anders nicht sein. Dass die da einen Hexer umboxen. Was ist denn los? Das kann ja echt nicht wahr sein. So. Einen leichten Schlag und einen schweren danach. Nein. Bei den schweren Schlägen, da trifft man echt selten. So. Jetzt vielleicht schwerer Schlag direkt. Und leichten nachsetzen. Genau. Zwei schwere. Das geht auch. So. Das ist eigentlich nicht wirklich schwer. Klar. So. Komm. Jetzt holen wir nur uns. So. Das war's. Bäm. Tschüss Phineas. Gut gehandelt. Glückwunsch zu den beiden Siegen. Am Anfang wollte ich die Wache rufen, aber... Ja. Es ist besser, dass ich es in die Hand genommen habe. Bitte gesell dich zum Finale zu mir. Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. Tatsächlich habe ich sogar hoch auf einen anderen Spieler gewettet. Ich hätte wissen können, dass hier mehrere Spiele laufen. Da laufen wirklich mehrere Spiele. Schlägereien und Wetteinsätze und so weiter und so fort. Gewinne gegen Graf Thibaut. Ja. Oder Thibald. Oder wie auch immer. Und das machen wir auch. Im nächsten Part versuche ich das mal. Hallöchen. Und alles klar. Jo. Dann werden wir es versuchen, hier oben gegen den Thibaut zu spielen. War ja eigentlich, denke ich mal, eine ganz interessante Folge. Ist ja ein bisschen was Neues dabei rausgekommen. Also ein ganz neues Deck, das ich jetzt spielen werde. Ich gucke mir es noch einmal an in der Aufnahmepause. Und jo. Dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.